Hi, mein Name ist Michelle und ich bin Auszubildende bei Pilka Kermikals. Wenn du mehr über den Ausbildungsberuf Industriekraftwerke erfahren möchtest, dann folge mir. Morgens stelle ich erstmal ein und starte so meinen Arbeitstag. Komm mal mit in mein Büro. Guten Morgen. Jetzt fahre ich meinen Rechner hoch und schaue mir meine E-Mails an. Die Bestellungen kommen eigentlich immer per E-Mail rein, meist in Englisch. Diese bearbeite ich dann und bereite sie für den Versand vor. Dazu lege ich die Bestellung im System an und melde den Transport beim Spediteur an. Ah, hi Michelle. Ich habe noch einen Paunzuladen, den bringe ich nachher vorbei für unsere Bestellung. Das machen wir jetzt Mittag. Okay, danke. Okay, dann bis später. Hi, ich bin von Sprocken. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Tschau. Tschau. Hallo. Ja, danke. Ich komme gleich. Tschau. Hallo. Hallo. Dankeschön. Ich finde, der Beruf ist sehr abwechslungsreich und das merkt man auch erst, wenn man durch die ganzen Abteilungen läuft, wie vielfältig der Beruf eigentlich ist und vor allem macht er natürlich auch Spaß. So, jetzt habe ich aber Hunger. Komm, ich nehme dich mit in die Kantine. Da treffen wir auch bestimmt ein paar Kollegen. Ich habe mich für Pulgra entschieden, dass es hier einen sehr guten Umgang gibt untereinander. Es gibt eine gewisse Du-Kultur. Also wir sind auch global präsent. Das gefällt mir auch sehr gut am Pulgra. Neben meiner praktischen Ausbildung im Unternehmen habe ich auch eine theoretische Ausbildung in der Berufsschule in Bad Tölz. Dort bin ich ein bis zwei Tage lang die Woche. Dort sind meine wichtigsten Fächer BWL und Rechnungswesen. Und durch den Besuch in der Berufsschule fühle ich mich auch sehr gut vorbereitet für mein späteres Arbeitsleben. Die Ausbildung der Industriekaufleute dauert bei uns grundsätzlich zweieinhalb Jahre. In dieser Zeit durchgehen die Azubis verschiedenste Abteilungen, wie zum Beispiel den Einkauf, die Personalabteilung, den Wareneingang, die Buchhaltung oder auch den Kundenservice. Wir begleiten unsere Auszubildenden vom Start bis hin zur Prüfungsvorbereitung und übernehmen diese natürlich auch sehr gerne. Ich habe jetzt Feierabend. Wie ihr heute gesehen habt, hat der Beruf zum Industriekaufmann sehr viel zu bieten. Wenn euch dafür interessiert, könnt ihr euch gerne zu einem Praktikum oder zu einer Ausbildung bewerben. Vielleicht sieht man sich ja mal. Servus!